Was hast du ihm denn gekocht? Im Vater, wie er nicht da war. Ich muss dir was sagen. Es geht mir nicht ein. An dem Tag hat alles angefangen. Damit es ausgetragen wird, in Ord, dass unsere Tochter eine Schloppen ist. Nicht wollen, dass das letzte Seelische, was uns verbindet, noch zerreißt? Der Vater hat ihn gefunden. Gleich am nächsten Tag nach dem Streit. Obwohl ich ihn in meiner Schultasche versteckt habe. Wenn er doch sagt, dass wir uns nicht gesehen haben! Und dass du gestern mit ihm getroffen hast! Wenn er da unterm Drucken, was heißt denn das? Dass sich die Polizei einmischt in unser Krieg, was nur uns angeht! Weil er dir nämlich sagen lässt, dass er das in die Hand einversprechen will, dass es aus ist. Da habe ich mich geschehen im Techt. Dass wir in einer Demokratie leben. Wo sich der Bürger nicht mehr schützen kann. Donner-Basch-Basch- Riot für die Polizei nicht mehr schüttet die Zechauer, was dann nicht geschehen ist. Und dann würde ich auch sagen, dann würde ich zuwachen. Da ist es kein Stalin. Da ist eigentlich etwas schütz! Wenn Sie sich drauf hören, dann gehen Sie die Polizei nicht mehr schütz! Dat sind ja nochmal einen Fehler! Einen Frieden, das ist nur noch mal aus dem Tag. Untertitelung des ZDF, 2020